Kapitel 37 August 2002 Finde die Bezeichnung für die Schwachstelle jedes Einzelnen. Die Kunst, den Willen von Menschen zu bewegen, umfasst mehr Fähigkeiten als nur Entschlossenheit. Du musst wissen, wie du an die anderen Personen herankommen kannst. Zuerst schätze deinen Charakter ein und dann taste dich an die Schwachstellen heran. Hermine blieb die ganze Nacht wach und analysierte der Reiko noch einmal neu. Sie verwarf das gesamte Notizbuch und fing ein Neues an. Sie hatte das Gefühl, nur so mit neuen Theorien zu übersprudern. Sie war sich nicht sicher, ob irgendwelche davon der Realität entsprachen oder ob sie hauptsächlich durch ihren Schlafentzug entstanden, aber sie fühlte sich, als ob sie auf etwas Ausschlaggebendes gestossen war. So, als ob sie in einem Muggeltresor einbrach und endlich das erste Klicken des Trieschlosses gehört hat. Ein warmes Gefühl des Stolzes brach sie dazu, in sich hineinzulächeln, als sie untertags Zaubertränke braute. Ihr Herz fühlte sich fast leicht an. Das konnte funktionieren. Sie konnte gewinnen. Sie konnte ihn dazu bringen, zu heilen. Seine Loyalität unter Verschluss bringen. Er ist nicht bewusst gewesen, wie sehr ihr Glaube daran, dass er einfach nur ein Monster mit einem moralischen Code war, sie davon überzeugt hat, dass sie nicht erfolgreich sein konnte. Sie hatte ein Gefühl der Gewissheit gehabt, dass er sich irgendwann gegen sie wenden würde und sie zusammen mit allen anderen umbringen würde. Es ist tief in ihr verwurzelt gewesen. Trotz ihrem grossen Vertrauen in die Oklomentik, dieser Überzeugung, hat er sich bis in die Art, wie sie über ihn als Ganzes dachte und ihn behandelt hatte, ausgebreitet. Trotz dem Spiel, das sie spielten. Er hat sie geküsst und ihr Oklomentik beigebracht. Er hat ihr gesagt, dass sie Nein sagen konnte. Und sie hat ihn geheilt und seine Anweisungen befolgt, was das Zuellieren und Trainieren betraf. Unter dem ganzen Lernen und den teilweise Nettigkeiten hatte er sich immer wie zwei Weipen angefühlt, die nur darauf warteten, dass der andere endlich zuschnappte. Jetzt betrachtete sie ihr alles neu. Er war kein Monster. Zumindest kein komplettes. Er versuchte, etwas zu reparieren. Da war etwas, für das er eine Art Wiedergutmachung leisten wollte. Nicht dafür, dass er Dumbledore oder all die anderen umgebracht hat, aber für irgendetwas. Er wusste, dass er gefallen war. Irgendwann einmal ist es passiert, für das er gewillt ist zu leiden, sogar dafür zu sterben. Irgendetwas, das er versuchte, wiedergutzumachen. Er war kein Spion aus Ehrgeiz. Er spielte den Orden und die Todesse nicht einfach gegeneinander aus, um an die Macht zu kommen. Er versuchte, etwas zu reparieren. Nicht den Krieg, nicht das Töten. Aber da war etwas, das er versuchte, wiedergutzumachen. Ihre ursprüngliche Einschätzung ist richtig gewesen. Draco Malfoy war nicht aus purem Eis. Unter dem Tod, der Rage und der Dunkelheit gab es noch mehr in ihm. Sie konnte es benutzen. Hermine bezweifelte, dass er ihr sagen würde, was ihn antrieb. Er war offensichtlich entschlossen, es nicht preiszugeben. Er hat ein Spiel der Irreführung gespielt, bis sich ihr Kopf angefangen hat zu drehen. Aber sie konnte geduldig sein, jetzt wo sie herausgefunden hat, dass das Spionieren eine Art Buße für irgendetwas war. Wenn sie sich jetzt weigerte, ihn wirklich zu hassen, wenn sie damit weitermachte, nett und tröstend und interessant und schlau zu ihm zu sein, dann konnte sie einen Weg hineinfinden. Sie konnte gewinnen. Als der Abend nachherrückte und sie sich fertig machte, um seinen Rücken zu behandeln, nahm sie sich einen Moment, um zu pausieren und sich zu beruhigen. Sie würde wieder von vorne beginnen müssen. Da war etwas zwischen ihnen, etwas, bei dem sie Schwierigkeiten hatte, genau darüber nahzudenken. Eine Spannung zwischen ihnen, die sie sehr wahrscheinlich durch ihren Ausbruch zerstört hatte. Sie musste sie vorsichtig wieder aufbauen. Sie musste raffiniert vorgehen. So raffiniert wie Gift. Hermine schloss die Augen und schob ihre Erinnerungen umher, sortierte ihre stärksten Gefühle aus und schob sie beiseite. Unterdrückte ihre Hochstimmung, ihr sprudelndes Gefühl des inneren Vertrauens, sie erstickte sie, bis sie wieder einen klaren Kopf hatte, bis sie fokussiert war. Sie apparierte zu der Hütte, eine Minute vor acht. Als Malfoy auftauchte, starrte sie ihn für einen Moment an, bevor sie ihren Blick sinken ließ, sich auf ihrer Lippen biss und nun beholfen deren Finger spielte. Es tut mir leid, murmelte sie. Du hattest recht. Ich war unvorsichtig letzte Nacht. Es wird nicht wieder vorkommen. Sie schaute durch ihre Wimper nach oben, um zu sehen, ob Malfoy ihr auch nur ein bisschen ihre Entschuldigung abkaufte. Gut, sagte er und schaute auf die andere Seite des Zimmers. Ich bin nicht dein Beschützer. Ich bin nicht daran interessiert, dich beaufsichtigen zu müssen, um dich am Leben zu halten. Es wird nicht wieder vorkommen, wiederholte sie. Er warf ihr einen kurzen Blick zu und schaute dann wieder weg, um sich einen Stuhl vom anderen Ende des Zimmers herbeizurufen und drehte ihn verkehrt herum hin, während er sein Shirt aufknüpfte. Hermine zog es ihm von den Schultern und beprüfte die Ruhnen. Sie ließ ihre Finger leicht auf seiner Schulter liegen, als sie sich nach vorne lehnte, um einen besseren Blick darauf werfen zu können. Malfoy zog sie nicht zusammen, als sie ihn berührte. Er spannte sich jedoch leicht an. Hast du eine Zeit, wenn du willst, dass ich die Schultern heile? fragte sie mit tiefer Stimme, als sie ihre Finger und ihren Zauberschaft benutzte, um dieselbe aus den Schnitten zu entfernen, um dann die bloßen Wundränder zu betrachten. Es sah noch immer unerträglich schmerzhaft aus. Sie war sich nicht mal sicher, wie Malfoy überhaupt noch funktionierte, geschweige denn apparierte, geschweige denn duellierte. Jedes Mal, wenn sie die Wunden sah, erschauderte sie. Er sagte kein Wort. Sie ließ ihre Hand auf seiner Wirbelsäule ruhen. Ich benutze jetzt den Reinigungszauber. Sie spürte, wie sich Malfoy unter ihrer Hand anspannte und sie sah, wie sich seine Fingerknöcheln leicht weiß verfärbten. Sie zählte bis drei und zauberte ihn dann. Sein gesamter Körper zitterte leicht. Es tut mir leid, sagte sie. Wenn es irgendeinen anderen Weg geben würde, wie ich es schneller heilen könnte oder wenigstens die Schmerzen lindern könnte, würde ich es tun. Dem bin ich mir bewusst, sagte er mit angespannten Stimme. Sie trug die Salbe so vorsichtig wie möglich auf. Würde Montag funktionieren? fragte sie. Sie ließ ihre Fingerspitzen über seine bloße Haut auf seinen Schultern wandern und versuchte, die schmerzvolle Anspannung aufzulösen, die durch ihn ihn durchströmte. Ich kann das Abendessen ausfallen lassen, wenn ich schon früher da sein soll. Montag, sagte er nach einer kurzen Pause. Acht Uhr passt. Okay. Sie erneuerte die Schutzzauber. Dann betrachtete sie die Ruden noch einmal. Sie striff vorsichtig mit ihren Fingern an der ungebenden Haut entlang. Sie konnte die Magie in ihn spüren. Sie ist in ihn hineingezunken, ist ein Teil von ihm geworden. Sie konnte kaum dunkle Magie um ihn herum spüren. Nicht mehr. Schon seit Wochen nicht mehr. Kannst du die Runen spüren? fragte sie. Merkst du, ob sie dich beeinflussen? Er schien abzuwägen. Ja. sagte er nach einem Moment und setzte sich gerade hin. Sie heben nicht mein eigenes Verhalten auf, aber es ist so, als ob neue Elemente hineingeschrieben wurden. Es ist leichter, unbarmherzig zu sein. Irgendwie schwerer, mich davon abzubringen, Impulsen zu folgen. Nicht, dass ich davor besonders viel hätte, mich abzulenken, aber jetzt fühlt sich alles andere noch weniger wichtig an. Hermine las den Schwur noch einmal. Wusstest du, als er sie hineingeschnitten hat, welche Ruhen er auswählte? fragte sie. Ich habe sie ausgewählt, sagte er und zog sein Shirt wieder nach oben und knöpfte es zu. Hermine schaute ihn wie benommen an. Es war meine Buße. Ich musste schon unterwürfig kriechen. Wenn ich sie auswähle, konnte ich wenigstens sicherstellen, dass er nicht irgendwas Problematisches hineinritzte. Deshalb sind es so viele. Ich wollte keinen Platz für zusätzliche Versprechen lassen. Er musste von meiner Reue überzeugt werden, sagte er und stand auf. Seine Augen erinnerten Hermine an einen Sturm. Obwohl, sagte er und seine Lippen verzogen sich leicht. Die Wut in seinen Augen wurde offensichtlich. Er hat vergessen zu erwähnen, dass sie so lange brauchen würden, um zu heilen, bis nachdem er mit ihnen fertig war. Im Nachhinein hatte ich die zusätzliche Bestrafung erwarten sollen. Wenn ich sie schließe, wird es eine Weile dauern, um sicherzustellen, dass das Narbengewebe dich nicht in deinen Bewegungen behindert. Du wirst währenddessen bei Bewusstsein sein müssen, damit du es mir sagen kannst. Du willst dir vielleicht was zum Trinken mitbringen. Malfoys Augen verengten sich und erstarrte Hermine für einige Sekunden lang an. Ich werde nicht trinken, wenn du dabei bist, Granger. Sie zuckte mit den Schultern. Es ist nur ein Vorschlag. Ich werde etwas mitbringen. Nur wird ein Fall, dass du deine Meinung ändern solltest. Aber ich nehme an, dass der Alkohol, den ich mir leisten kann, zu billig ist, um von dir wertgeschätzt zu werden. Er schnaubte. Ich werde es mir merken. Er verschwand ohne ein weiteres Wort. Am nächsten Abend war er in einer reizbaren Stimmung und Hermine hielt sich damit zurück, mit ihm zu sprechen, als sie ihn behandelte. Wie dem auch sei, bemerkte sie, wie er langsam anfing, sich bei ihren Berührungen zu entspannen. Sie bezweifelte, dass es ihm überhaupt bewusst war. Hermine auf ihrer Seite hatte bemerkt, dass sie sich langsam mit ihm wohlfühlte. Seit die dunkle Magie nicht mehr länger über ihm hing, war ihre instinktive Angst weniger geworden. Sie zögerte nicht mehr, wenn sie ihn berührte. Sie verspürte keinen Schauer oder Furcht mehr, der ihr die Wirbelsäule hinunterlief. Sie spannte sich nicht länger an, um sich für seine eventuellen Ausrasse zu wappnen. Er fühlte sich vertraut an. Am Samstag wirkte endlich ein Schmerzlinderungszauber, den sie über den Schnitten zauberte, und Draco sittete merkt wahr wenig, als sie den Reinigungszauber durchführte. Das Gift ist endlich verschwunden, teilte sie ihm mit Erleichterung mit. Sie rief ihre Umhängetasche herbei und durchwühlte sie für einen Analgetikum-Trank, den sie erfunden hatte. Sie zog ein paar Kompressen heraus, und nachdem sie einen Barrierezauber auf ihrer Hand platziert hatte, damit sie nicht taub wurde, goss sie das Analgetikum über die Kompressen, bis der Stoff komplett durchsträngt war. Das wird sich jetzt kalt anfühlen und für einen kurzen Moment stechen, aber es wird die Schnitte betäuben, sagte sie. Ich werde oben an deiner linken Schulter anfangen. Sie liess ihre Finger knapp über der ersten Rune für eine Sekunde ruhen, bevor sie sanft die Kompressen über seine Schulter legte und leicht auf die Schnitte darunter drückte. Er erschauderte. Sie stellte sich einen Wecker für die linke Schulter und wandte sich dann der Rechten zu. Sie sollten jetzt nicht mal wehtun, aber es sind immer noch offene Wunden auf deinem Rücken, sagte sie. Mach nicht irgendetwas Dummes, wie mit einem Werwolf zu kämpfen, nur weil du keine quälenden Schmerzen mehr hast. Erlaubst du mir dann wieder, ab Dienstag mit Werwölfen zu kämpfen? Sagte er höhnisch. Hermine verdrehte die Augen. Ich empfehle dir, dem Narbengewebe mindestens drei Tage Zeit zu geben, bevor du wieder mit irgendwelchen Wehrwölfen kämpfst. Er lachte leicht in sich hinein. Die Unterhaltung veräppte danach, aber der Abend klang auf eine überraschend freundliche Art aus. Hermine hatte überraschend gute Laune, als sie zum Grimauplatz zurückoperierte. Als sie auf den Stufen landete, wurde ihr Armband auf einmal heiß. Sie riss die Tür auf und fand das Haus dahinter in Chaos. Blut war über den Boden verschmiert. Hermine! rief Neville. Es ist Ginny!